So, das Warten für mich hat ein Ende. Der von mir am heißesten herbeigesehnte Probefahrtkandidat ist endlich eingetroffen. Die in den FTR 1200. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, zu einer der von mir am heißesten herbeigesehnten Probefahrten für dieses Jahr. Letzte Woche im Video habe ich ja gerade noch mein Leid geklagt, dass die so lange auf sich warten lassen. Meine Top-Kandidaten. Jetzt ist mein alleroberster Top-Kandidat eingetroffen. Die Indien FTR 1200. Und bevor ich jetzt anfange, will ich gerade mal den Alex von Rhönmoder zu Wort kommen lassen. Ja, guckt mal, wo wir endlich sind. Das lange Wert wird endlich gut. Und so ist sie endlich angekommen. Eine meiner Top-Favoriten für dieses Jahr, muss ich sagen. Oder meine heiß begehrtesten Kandidaten. Die FTR 1200. Und ja, ich schätze mal, du bist auch reichlich froh, dass sie endlich da ist, oder? Ja, wir haben sie ja versprochen bekommen, schon seit März. Sollte sie spätestens hier sein. Aber wie du schon sagst, was sehr gut werden soll, muss ja auch ein bisschen Weile und Arbeit machen. Wir haben sie jetzt endlich da. Wir stehen jetzt hier vor einer FTR 1200 S Race Replica. Wir haben, das ist für dieses Jahr die beste Ausstattung, die es gibt. Wir haben einen Preis von etwas über 17.000 Euro. Wir haben 130 PS knapp. Bei 1200 Kubik. Wir haben serienmäßig den roten Rahmen, der ja deinem Motorrad sehr, sehr ähnlich sieht. Wir haben Anleihen aus dem Supermoto. Wir haben Anleihen aus dem Naked-Bike-Bereich. Und es ist trotzdem ein sehr, sehr eigenständiges Motorrad geworden. Wir haben drei Fahrmodi mit einer wunderbaren Sitzposition, was du ja gleich ausprobieren kannst. Selbst nach zwei Stunden fühlst du dich auf dem Motorrad immer noch nicht eingesessen. Dass du sagst, ich muss mal langsam tanken, sondern es ist sehr, sehr, sehr bequem. Aber wir haben auch ein Motorrad, was ich glaube, was ich hier ruhig vor der Kamera sagen kann. Wir hatten noch nie so ein sportliches Motorrad aus Amerika. Was so gutmütig zu fahren ist und was so viel Spaß macht. Du kannst dir nachher hier im Display dein eigenes Display wählen. Ob du mit Drehzahlmesser im Vordergrund oder analog anzeigen, optisch. Du kannst eins der drei Fahrmodi wählen zwischen Standard, Sport oder Cruisen. Du kannst dir selbst am besten mal ein Bild machen. Und wir reden nochmal darüber, wenn du wiederkommst. Weil ich glaube, immer fahren macht viel mehr Sinn, als hier lange zu reden. Und Nachfrage bisher ist... Ja, die Nachfrage ist nach dem Motorrad sehr, sehr hoch gewesen. Wir haben von den Vorbestellungen, die wir selber hier bei uns getätigt haben, die Hälfte schon verkauft gehabt am Ende letzten Jahres. Und ich bin froh, ein Fahrzeug jetzt muss ja als Vorführer bleiben. Aber die jetzt alle so reinkommen. Auch nächste Woche kommen wieder zwei. Die gehen direkt raus. Und zum Glück ist ja noch die Saison am Höhepunkt erst gerade. Und noch nicht vorbei. Und selber heimlich schon gefahren, Kamer? Ja, das Motorrad, was du jetzt hier nimmst, habe ich bis jetzt die 160 Kilometer dieser Art gefahren. Ich bin ein Geister davon. Also mir macht es riesen Spaß. Ich habe das nicht erwartet, muss ich auch mal sagen. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ich stütze mich mal drauf. Ja. Und dann schwätzen wir nachher. Ja, schwätzen wir nachher. Ja, klar. So, und ich bin jetzt hier wirklich selber unterwegs. Und die ersten paar Meter habe ich leider noch haufenweise mit Verkehr zu kämpfen. Und das auf meiner allerliebsten, die geht immer Strecke. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. Hinter mir steht auch schon wieder einer. Bisschen Mist. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, da wurde nicht zu viel versprochen. Man sitzt hier echt angenehm drauf, obwohl der Sitz ganz schön fest ist, ganz schön hart ist. Aber die Sitzposition ist echt cool. Also hat was. Wie gehabt, ich suche mir ja meistens schon Kandidaten raus, bei denen das so ist. Ziemlich aufrecht. Hier ist es jetzt dann noch so, dass meine Arme allerdings relativ weit ausgestreckt sind dabei beim Sitzen. Aber fühlt sich hier für mich erstmal nicht unangenehm an. Oh, hier wurde auch ein bisschen geflickt. Hier muss ich auch noch mehr aufpassen heute. Ja, sitzen wie gesagt schön, Beinwinkel richtig geil. Hat sowas von Cowboy, würde ich sagen. Da merkt man den amerikanischen Ursprung. Sitzt sich wirklich angenehm. Mein üblicher Punkt, den ich ja zu gerne anspreche. Spiegel, ich sehe was. Auch wenn sie relativ klein sind. Aber sie stehen halt schön raus. Und dadurch kann man auch wirklich mal an sich vorbeigucken. Das ist ja ganz hässlich hier, dass sie was geflickt haben. Ich meine, eigentlich ist es ja schön, dass hier mal das Teil ein Stückchen Liebe abkriegt. Aber dieses Bitumgeklebe ist immer irgendwie nicht so prickelnd. So, weiter zum Moped. Ich bin also immer noch hier im Standardmodus im Moment unterwegs. Man kann aber schon mal sagen, da kommt was. Also, das ist wirklich schon schmackhaft, sage ich mal. Auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie, man merkt die Abstammung irgendwie von dem, ja, eigentlich von dem Cousin von Indien. Sozusagen die Gene sind auf jeden Fall da. Wenn man hier ganz gechillt vor sich hin rollt, total ruhig. Und das, obwohl es Zweizylinder ist, auch relativ wenig Vibration. Nur das, denke ich mal, was ein Zweizylinderfahrer haben will an Vibration. Das fühlt sich also alles tippitoppi an. Und das Handling ist halt echt abgefahren. Ich muss sagen, so im Geraden, beim Geradeausfahren, wenn man da versucht, so ein bisschen hin und her zu pendeln, da muss man schon ganz schön drücken sozusagen. Also, sobald man loslässt, wupp, ist die wieder gerade in der Spur. Die Fachleute unter euch werden dafür mit Sicherheit auch irgendeinen ganz tollen Fachbegriff haben. Aber, wie gesagt, wenn man sie so in die Kurve legt, da geht's richtig geil. Also, macht richtig Laune. Und das ist ja so das, was quasi meine gespaltene Persönlichkeit immer sucht. Auf der einen Seite will ich es ja eigentlich schön gelassen angehen, möglichst ruhig. Auf der anderen Seite mag ich halt auch durch die Kurven flitzen, so ein bisschen, immer im entsprechenden Rahmen. Und da muss ich sagen, ist das hier echt eine geile Mischung. Also, hat was. Womit ich im Moment noch ein bisschen am Hadern bin. Und was heißt am Hadern, wo ich mich echt noch ein bisschen drauf einschießen muss, ist die Kupplung. Das ist ja wieder mal der Hammer. Die geht dermaßen leicht und hat auch einen ziemlich kurzen Weg. Für mich bin ich gar nicht so gewohnt. Und, wie gesagt, das fluckt auch gleich. Ich zeige es euch mal kurz hier so. Also, ich kann hier wirklich mit einem Finger nur mal so Schnack machen. Das ist der Hammer, wie leicht die geht. Und halt auch ein relativ kurzer Weg. Und das will natürlich erst mal eingespielt sein, so beim Fahren. Aber, ihr seht es schon hier so ein bisschen. Herrlich. So, was ich eben auch noch gezeigt kriegt habe, man kann sich also hier je nach Gusto sozusagen sein Dashboard raussuchen, was man gerne hat, auf was man Wert legt, auf die Geschwindigkeit oder auf die Drehzahl, solche Geschichten. Und ich will dann doch jetzt da auch mal umschalten, damit ich auch mal in den vollen Genuss komme und gehe hier mal in den Sportmodus. Und dann müssen wir mal gucken. Ah, man muss doch mal die Kupplung ziehen, dann geht er rein. Und wir schalten wieder rum. Und dann gucken wir mal. Ja. Das ist trotzdem immer noch ganz manierlich, aber da geht schon was. Macht Laune. Was ich gesehen habe, hier ist ja die Sportvariante, ist ja eben schon gesagt worden, Agrabowitsch drauf, dafür ist sie echt leise. Also das muss man jetzt mal sagen, wo ich beim letzten Mal mit der Scout Bobber nach dem totalen Überraschungsmoment erlebt habe, als ich die Klappe zugegebenermaßen aufgemacht habe, da ist hier alles sehr manierlich. Also das ist schon fast ein bisschen schade. Viel besser wie die letzten paar Mal, wo ich bei Rollenmotor angehalten habe und dann immer das Bild machen oder das Gucken vergessen habe. Und ich finde, das Schnucki verdient doch auf jeden Fall mal hier richtig in Szene gesetzt zu werden. Super geil. Ja, das ist wirklich so meins. Also bei der Triumph war ich ja schon ziemlich euphorisch. Und das ist jetzt ja nicht Retro-Style, sondern halt dieser Flat-Tracker-Style. Und ich muss sagen, den finde ich auch echt abgefahren. Ich meine, hier haben wir jetzt natürlich das volle Programm, wie gesagt, Agrabowitsch hinten drauf. Der sieht natürlich auch schon sehr geschmeidig aus, auch wenn er jetzt spektakelmäßig für meinen Geschmack ruhig noch ein bisschen was mehr bieten dürfte. Der Klang an sich ist echt schön, aber ansonsten, boah, alles, was dem Vater sein Sohn haben will hier. Doppelscheibenbremsen vorne, schöne Upside-Down-Gabel, die Gefeder. Ich meine, okay, wir haben halt wieder mit Kette zu kämpfen, ist halt so. Aber ansonsten, ich finde, das Teil hat was. Ist schon sehr geil. Groovy, groovy, groovy. Und auch wieder der Scheinwerfer hat ja irgendwas. Einfach rund, aber trotzdem noch alles Mögliche an Hightech drin. Groovy. 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 Also, er furzt schon schön, aber halt doch sehr eingeschränkt worden. Schade drum. So, vom Handling her ist sie ganz schön hoch, aber immer noch, also ich stehe immer noch mit den Füßen flach auf dem Boden. Das passt schon. Und so vom Hin- und Herrangieren ist das schon für Indien, würde ich mal, Indien-Verhältnisse ein Leichtgewicht. Und wisst ihr was? Ich will noch nicht zurück. Ich muss noch mal zumindest ein Stückchen an die andere Richtung fahren. Ein Späßchen. Also, wie gesagt, diese Mischung aus hier mal locker vor sich hin prusen und auf der anderen Seite dann mal sagen, jetzt da aber mal her. Gib ihm. Ist schon irgendwie herrlich. Hab was. Also, eine richtig schöne Mischung, muss ich sagen. Handling echt cool. Also, das Ding macht Spaß. Und wie immer kann ich euch nur empfehlen, probiert das mal selber aus. Also, lasst euch da nichts erzählen. Einfach mal wohin gehen und wirklich das Teil mal ausprobieren. Echt geschmeidig hier. So, zu Bewertungen. Der Badass-Faktor. Und da muss ich sagen, gibt es bei mir heute mal wieder, wenn auch ein bisschen knappere, aber fünf Punkte sind hier auf jeden Fall drin. Diese recht ungewöhnliche Optik finde ich ja total geil. Und diese Kombination, so Flat Tracker, das ist was Neues. Und ich finde, so wie sie hier dasteht, ist das echt ein geiles Teil. Und hat für mich auf jeden Fall die fünf Punkte mal verdient. Zum Chill-Faktor. Und den kann ich jetzt da hier gerade schön demonstrieren. Also, die lässt sich wirklich so schön geschmeidig und ruhig fahren. Und bevor ich jetzt da hier noch was anderes sage, muss ich hier gerade mal wieder gucken. Ja, ich bin noch im Sportmodus drin. Lässt sich, wie gesagt, so ruhig fahren. Aber, wenn es gebraucht wird, dann kommt ja auch ordentlich was. Das ist schon echt geil. Sie ist dabei echt noch zurückhaltend. Also, es ist so eine leichte Tendenz ist da, dass er ein bisschen provoziert immer, dass man hier öfters mal am Hahn zieht. Aber generell macht das echt Laune hier auch so einfach gechillt vor sich hinzurollen. Von daher Chill-Faktor für mich auch vier Punkte. Der Bums, den habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen demonstriert. Also, wenn man hier aufmacht, da geht es richtig voran. Da kann man sich nicht beschweren. Das ist richtig saftig, würde ich mal sagen. Passt zu dem ganzen Ding. Es ist ja relativ schön leicht zu handeln. Von daher kann ich hier auch mal locker die vier Punkte vergehen. Fünf ist es nicht ganz, aber, wie gesagt, das ist richtig ordentlich, finde ich. Beim Charakter ist sie bei mir auch echt vorne dabei. Ich schätze mal, für mich ist es hier einfach so diesen Mix, den ich irgendwie noch nie habe. Und das ist eine echt abgefahrene Mischung aus, sie hat so ihre Anleihen von den Cruiser-Genen, sag ich mal, die halt Indien an sich hat. Sie hat irgendwie so ein bisschen Naked-Bikes, sie hat ein bisschen Scrambler. Dieses, was man noch gar nicht hatte, den Flat-Tracker, zumindest hier in Deutschland, würde ich mal sagen, ist das ja eher unüblich. Und so ist das ein abgefahrener Mix, der aber echt Laune macht und halt so etwas ganz Eigenes hat. Ich würde jetzt hier nicht so weit gehen auf die fünf Punkte, aber auch hier ist es auf jeden Fall für mich vier Punkte wert. Einziger Wermutstropfen bei dem guten Stück ist für mich so ein bisschen der Sound. Ich hatte es ja auch schon mal kurz erwähnt, wahrscheinlich auch so ein bisschen angetrieben von den hohen Erwartungen. Also auf der einen Seite Indien, so ein typischer, ja, große Motoren, auch so wie Harley, so ein bisschen Gestampfe. Auf der anderen Seite Agrapovic schon hinten drauf. Dafür ist es dann doch recht verhalten, muss ich sagen. Also der Klang ist es gar nicht mal, den finde ich eigentlich recht schön. Es dürfte für mich ein bisschen mehr Volumen noch haben und ein kleines bisschen lauter sein dürfte es. Ich meine, das sind halt jetzt so die Wehen von Euro 4. Da müssen wir uns halt drauf einstellen. Aber da muss ich sagen, das haben andere schon besser gelöst. Ob die dann näher an der Illegalität sind, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall immer noch ein schöner Klang. Und man ist so auf jeden Fall, denke ich mal, auf der sicheren Seite und geht den Leuten auch nicht zu sehr auf den Sack. Und letztendlich kann man das Motoren an sich genießen. Also es geht noch okay, aber da würde ich mal die drei Punkte vergeben. So, ich bin wieder da. Ich fand es lustig. Ja. Die Mischung ist schon wirklich abgefahren, muss ich sagen. Und dieses Flat Tracker Ding, das ist ja was, was wir hier in Europa, würde ich sagen, mindestens aber in Deutschland so nicht wirklich kennen. Außer aus irgendwelchen Videos. Ja. Und es hat schon was. Es gibt auch, was die Sandbahnrennen angeht oder so, nur verhältnismäßig wenig Clubs. Wir haben einen jetzt hier im Taunus. Und den werden wir auch nächsten Monat besuchen. Und so ein bisschen Indian-Party da machen an einem Wochenende. Und auch mal versuchen, so mit abmontiertem Handbremshebel vorne. Okay. So ein paar Runden zu drehen, obwohl ich habe da gehörigen Respekt vor, weil wir normalen Motorradfahrer ja nun mal unser Leben der rechten Hand vertrauen. Und bei der Art von fahren darf man gar keine Vorderbremse haben, nur eine Hinterbremse. Ja, also ich denke mal, das ist was ganz anderes. Aber auf jeden Fall, so wie sie hier steht, macht sie in den kleinen Kürfchen schon echt Spaß. Also was mir so ein bisschen aufgefallen war, wirklich beim geradeausfahren, also wenn man jetzt normal fährt und will da mal so ein bisschen hin und her pendeln, da sträubt sie sich echt dagegen. Also sie zieht immer wieder richtig gerade. Aber wenn man dann hier in die Kurven anfängt reinzugehen, da geht es richtig los. Ja, ich muss auch sagen, das Motorrad sich hier so in der Rhön richtig zu Hause fühlt. Also gerade hier die etwas schlechtere Asphalt und sehr kleine Kehren, kann man schon Spaß haben. Also das ist echt geschmeidig. Und wie nach wie vor kann ich euch halt nur empfehlen, lasst euch nichts erzählen, probiert es selber aus. Ihr wisst ja hier, wo ihr hinkommen müsst, um das mal zu machen. Ja. Also mir hat es echt Gaudi gemacht. Ja. Sehr, sehr gerne. Und damit bleibt mir dann auch wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.